Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zum LS22 auf der Nordfriesischen Marsch. So, wo wollte ich dich denn hinschicken, mein Schatz? Warte mal, das war der Falsche. Ich weiß es nicht mehr. Wir schauen mal. Düngen, 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 auffällt 67. 67. 61. Los geht's! So, warum ist denn hier das Stückchen nicht gemäht? Das weiß ich gar nicht. Ähm, genau. Es geht jetzt los, wieder die Maschinen alle anzusetzen, anzukurbeln. Ähm, neuer 14,8 Meter. Ich muss mir das irgendwie mal merken. Warte, ich muss das mal kurz. Hier, 14,8 Meter. So. Ähm, generiere Feldkurs bitte. Und dann tust du schließen und dann kannst du loslegen. Sehr schön. Ähm, du kannst eigentlich gleich so loslegen. Ja, und hier hatten wir das Problem, das zählte nicht als gepflügt. Ich weiß jetzt nicht, warum. Also, ich werde wahrscheinlich, passt mal auf, ich werde den Flug dort verkaufen, den ich habe. Diesen Flug werde ich verkaufen. Und ich werde einen neuen Flug kaufen. Ich habe nämlich einen neuen Flug mir organisiert. Ähm. Nimm ich den. 320 PS. Nun ist die Frage, 320 PS. Hat denn mein Johnny? Der hat das. Der hat 458 PS. Das ist auch der Johnny, hoffe ich doch. Ja, das ist der Johnny. Also, nehmen wir den Flug. Den. Ich hoffe doch, dass es diesmal auch ein richtiger Flug ist. Und nicht schon wieder hier was komisches. Es steht Flug dran. Wir kaufen den jetzt. Haben wir da keine Cola. Und werden den jetzt mal zum Laden schicken. Und dann wieder auf das Feld. Äh. So. Jetzt geht's weiter. Der braucht neues Füllmaterial. Wir haben noch etwas da. Ich hoffe, das reicht auch erstmal. Weil wir können uns momentan nichts mehr leisten. Wir sind nicht nah genug dran. Wartet mal. So rumlenken hier. Eimer bitte befüllen. Und damit schicken wir den dann wieder auf Tournee. Auf welches Feld? Welches Feld haben wir gerade angesät? Die 66. 66. Und los geht's. Der nächste. Bist du? Du bringst die Heuballen zur Gärtnerei. Los. Jetzt haben wir dich hier stehen. Warum stehst du hier? Hier. Oioioioioioioi. Was ist denn? Mensch Junge. Auf welches Feld wollte ich dich schicken? Zum Ballenpressen. Warte mal. Hier. Feld 33 wahrscheinlich. Dann schicken wir dich auch auf Feld 3. Ja genau. Feld 33. So du bist da. Grüppelchen. Grüppelchen. Haben wir nichts mehr zum Grubbern? Nein wir haben nichts mehr zum Grubbern. Machen wir den mal sauber. Das ist ja unser Grubber. Das ist ja unser Grubber. Oh der ist sauber. Noch ein Glas sauber. Ich bin gleich da. So. So. Und dann fahren wir rum. Und parken dich erstmal hier vorne mit. falls noch mal was kommt. Und dann ist unser Grubber gespannt. Abgepackt. So. Du warst bestimmt auch gerade unterwegs zum nächsten Feld. Genau. Feld 20. Starte mal. Du bist angekommen. Dann fährst du mal vor. Und ich denke, das Feld haben wir noch nicht gedüngt, oder? Doch. Das ist fast fertig mit Düngen. Dann muss ich jetzt auf die Karte gehen. Und gucken. Hier. Nein. Höh? Auf welchem Feld stehen wir denn? Auf welches Feld solltest du gehen? 67. Ach, das hier unten. Ne, das ist 66. Könntest du das mal wieder ausmachen? Ah! Das ist der Rest noch. Warte mal. Dann machen wir mal das Ding ganz an. Muss ich mal gucken, wie rum. Wäre das hier? Ey, weiter vorne. Also nicht die Bahn, sondern die Bahn müsste das dann sein. Das ist zu weit. Also die hier. Und rum. Genau. Und hier machst du bitte weiter. Zack. So, was ist denn hier los? Bist du hier über die Probleme rumzukommen? So, dann machst du mal hier weiter. Los geht's. Du bist noch voll am muddeln, aber nicht mehr lange. Du bist unten angekommen. Sehr schön. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. So. Welches Feld war das? Pflügen. Pflügen, pflügen, pflügen. Feld 19. Also fährst du jetzt mal bitte auf die neuen 10 wieder. So. Dann werden wir mal sehen. Du bist angekommen. Das ist total toll. Jetzt suchen wir uns noch die Stelle, wo du aufgehört hattest. Und dann kannst du jetzt mal gucken, ob rechts oder links. Und los. Und los. Sehr schön, du bist da, das ist auch einwandfrei. Das heißt, Z. Achso, wir müssen gut dran machen. Z. Die Dinger abladen hier. Und weg. Oh, jetzt tun wir beide verkaufen. Das heißt... Das heißt... Auf der 79 müssten da noch Ballen liegen. Genau wie auf der 25. Warum haben wir Ballen verkauft, wenn die 25 noch hier offen ist? Egal. Dann fährst du jetzt mal bitte erstmal auf die 25. Los. Du bist da. Du bist da. Das ist schön. Auf der 67 ist die Lohnsitzleistung abgeschlossen. Einwandfrei. So, generiere bitte Feldkurs. Das weg. Schließen. Wo haben wir den? Da. Und starten. Du musst noch warten bitte. Das ist die 67. Habe ich recht? Ja. Dann kannst du eigentlich damit aufhören. Stopp. Zusammenklappen bitte. So. Du bist bald fertig. Das ist schön. So. Dann probieren wir jetzt den ganzen Schotter nochmal. Und hoffen, dass es diesmal besser klappt. Machen wir das mal aus. Und einen neuen Kurs generieren. Weil der ist ja jetzt auch ein bisschen größer. Wir schauen mal. Da ist es ein bisschen mehr, viel größer. Jetzt sieht es aus wie Pflügen. Naja. Abwarten. Du siehst noch fein. Du fängst an zu mähen. So. Das heißt, wir starten jetzt mal hier. Können wir ja hier anfangen. Ist doch völlig in Ordnung. So. Und los geht's. Halt. Ach doch. Ja. Genau. Wir mussten das ja dann noch hier sehieren. Was siehst du? Da könnten wir eigentlich einen anderen Klei holen. Ja. Der hat das dann... Das ist nicht nur der Geschmack. Arbeit beendet. Sehr schön. Ja. Na gut. Dann tun wir jetzt noch ein bisschen Dingsen hier. Du bist schon. Achseln ist angekommen. Achseln ist angekommen. Wie kann ich hier anfangen? Ja, wie kann ich hier anfangen? Ja, wie kann ich hier anfangen? Achseln ein? Ja, wie kann ich hier anfangen? Ich herumfangen bis jetzt wieder anfangen mit einem Schmenlager. Ja, naja, da tun wir halt ein bisschen Ballen pressen, das ist ein bisschen schlimm. Dann müssen sie dann, wie gesagt, murzellieren. Das heißt, wir müssen uns des Zillier-Dingsbums holen. Ja, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Finschreina Spreina Diviner Frechreina Man Noch einmal rum. Dann würde ich nämlich einen Schwaders mal wieder wegschicken. Und den zum nächsten Feld schicken. 10% noch auf Feld 78. Sehr schön. Wenn ich die Bahn fertig habe, schicke ich den Schwaders erstmal wieder fort. Jetzt muss ich bloß mal gucken, auf welches Feld. So. Stopp erstmal. Achso, du warst ja fertig, genau. Haben wir noch irgendeine Dungauftrag-Aufgabe? Weil den einen Dünger können wir ja jetzt abschließen. Düngen haben wir geschafft. Schließen wir ab. Sehr schön. Haben wir noch Düngen? Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir schicken den jungen Mann jetzt zurück. Back to roof. Und los. So, du fährst jetzt. Oh Gott, das will nicht. Feld 14? Auf welchem Feld sind wir jetzt? Welches Feld haben wir jetzt? Feld 20. Also ich denke mal, wir werden auf der 28 fahren. fahr mal auf der 28. Wir werden mal ja sehen, was bei rumkommt. So. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Hier sieht es endlich aus wie Flügen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt funktioniert es Flügen. Sehr schön. So, da ich das ja jetzt nun weiß, beende ich die Folge an dieser Stelle. Total schöne Überleitung, ich weiß. Und ich freue mich auf die nächste Folge vom LS22 auf der Nordfriesischen Marsch mit euch gemeinsam. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.